Kaninchendame Betty geht es gar nicht gut. Der Grund, das Tier war bis vor kurzem noch tatsächlich von Maden befallen. Tierarzt Christian Schwering erklärt. Die Besitzerin vermutet, dass es leicht Durchfall hatte. Dann sind Fliegen gekommen, haben dort dann, weil es nach Kot riecht, nach Durchfall riecht, ihre Eier auf das Kaninchen gelegt und dann sind die Maden geschlüpft aus den Eiern und haben dann angefangen, dort dann die nekotische Haut zu fressen und sind leider richtig bis tief ins Gewebe eingedrungen, haben dort das Kaninchen angefressen. Ein Zustand, der für das Kaninchen lebensgefährlich werden kann. Deshalb musste der Veterinär schnellstmöglich jede einzelne Made vom Körper des Tieres entfernen. Die Maden sind beseitigt, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass es keine Wundinfektion gibt. Und das unterstützt Tierarzt Christian Schwering mit einer Lasertherapie. Der Laser aktiviert das Gewebe und startet den Heilungsprozess. Außerdem wirkt er antibakteriell und vorbeugend gegen Pilzbefall. Jetzt heißt es warten, dass Betty wieder ganz gesund wird.